Guten Abend! Ja, ich lerne Deutsch zu sprechen. Ich wohne in Lille, Frankreich. Das ist Lüge, der ist charmant Deutsch zu sprechen. Was ist normal Deutsch zu sprechen? Für Gespräche mit VisitorInnen, FreundInnen in Deutsch. Aber ich liebe Deutsch zu sprechen. Das ist nur zu sprechen. Es ist nicht auf, das ist Lernen. Kein Wormsapparat, keine Musik. Kein Wormsapparat, kein Wormsapparat, kein Wormsapparat. Ich bin Philosoph, ich bin ein Anzehnter. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist. Ich habe niemals einen Ausgangs-Geräusch. In Frankreich ist aber auch ein Ausgangs-Geräusch. Aber in Deutschland ist ein Ausgangs-Geräusch. Ich liebe die Progression und ich bin mir in die Ausgangs-Geräusche. Das ist auch, wie es.